moin moin hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mad games tycoon ich bin der lazy ip und wir haben hier ein bisschen aufgebaut ich bin am überlegen ob ich mich hier rüber setze und ein plus mache aber nein wir lassen das erst mal zack 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 alles gut wir sollten uns ran machen nachfolger und zwar von teleport machen wir den dritten teil wir lassen alles so wie es war was bist du denn du bist ein geschicklichkeitsspiel dann kriegst du auch die geschickt natürlich dafür und dafür und dafür und so was sagst du denn du bist 5,7 prozent hier haben wir noch ein b plus die module wischen wenn man die müssen halten wollen er würden dann werden wir vielleicht sogar 52.000 aber 22.800 wenn man die müssen halten dann können wir auch b plus demnächst dafür machen machen wir kann wir machen den opel raus und nehmen lieber das ding zumindest noch spielbericht haben wir nicht gibt es ja ein brief teleport 2 verkauft sich hervorragend super gemacht er dann nehmen wir das doch nicht so den rest was war das hier nämlich mehr funktion und einsteiger freundlicher da mehr sprachen und da bessere atmosphäre da bessere atmosphäre 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 sagen wir nehmen hier teleport 2 kopieren nehmen wir nehmen wir so wie es ist aber ein bisschen mehr dafür natürlich in alle sprachen alles rein 5 von 5 das heißt bei der nächsten funktion geht es rüber auf b plus wir können jetzt endlich mit joystick steuern hier ist hier haben wir nichts weiter zu erforschen das heißt wir machen erstmal automatisch weiter mit aliens und ihr dürft hier mit unterstützen ja wir machen müssen schneller da fast platten da fast platten wir gucken also richtig platt warum auch immer das auf einmal so wegging teleport schon fertig ok ja unser erstes eigenes wo sind wir in ein oder in zwei wochen schaffen das wir schaffen das in einer woche machen nun mal eben schnell auf pause vorher ja das ist unser eigenes ja natürlich wir haben haben so mehr spieker ballon mehr spieker da wir geben 9 dollar alleine aus und ich will 29 dollar dafür haben das heißt wir machen ein reingewinn von 20 dollar pro spiel wir haben sieben dollar gekriegt wenn es hochkommt leute 7 und wer weiß wie die ausstattung ist sollten wenn ich jetzt hier auf 7 dollar da bitteschön und hier kassieren wir 20 dollar pro spiel sagen wir verkaufen das zu dem preis und 30 40 50 60 70 80 80 wunderbar grafik sound und packungsinhalt so ein kleiner bonus wunderbar super mal verkauft sich hervorragend ja das ist doch schön sondern wir brauchen also spiel produzieren teleport 3 wir fangen mal klein an mit 100.000 würde ich sagen es kostet uns eine knappe mehr um 900.000 bei neuen pro spiel wir lassen dass man laufen die sind fertig ihr dürft erst mal ein patch dafür entwickeln 18 ihr dürft update machen für für den hier einmal komplett die 100.000 sind fertig ich hoffe dass das reicht super mal wo das raus gab es 1,52 million jetzt überlegt mal hier 250.000 verkaufte einheiten das wären fünf millionen bei eigener produktion da teleport 2 ist raus neue engine ist verfügbar neue engine die art ist ja kost 12.000 wir haben unser spiel das verkauft sich nur noch 1000 und 5000 alter fast gar nichts mehr die bugs sind die bugs sind raus schloss überhaupt gibt's update für super mal wird 2 gucken dass wir da noch ein paar einheiten von verkaufen können knappe 10.000 haben wir verkauft nicht so der bringer wie super mal wird zwei aber auch schon ganz gut ach so ihr seid auch fertig was meinte dann machen wir auch ruhig schon update gleich für teleport 3 wir müssen jetzt gucken dass wir unsere ja machen wir ruhig und zwar teleport 3 tag auf dem messe start wir brauchen nämlich noch ein paar fans damit wir noch mal 800 fans dazu 840 sind wir bei 4000 wir müssen auf über 5000 fans kommen damit wir den support freischalten marketing gibt es erst glaube ich im jahr drei oder so ähnlich 500.000 minus ach so ja ist okay ja wir können hier ruhig ein paar aufträge machen hier mache ich alle weg wir haben genug eventuell können wir sogar nachfolger machen die können wir dann ja auch noch selber machen das ist das tolle dann machen wir hier noch ein update für teleport ist jetzt bei kriegte hier noch mal ein dann gibt es nichts mehr zu machen teleport und ding sind dann kriegt super malo wird kriegt jetzt auch noch mal ein update haben wir nämlich ganz schön vernachlässigt deswegen ist das auch so eingebrochen soll ist noch mal hoch gegangen und unsere fisch engine die geschickt engine wurde erworben hätten bessere spiel tiefe welche seid ihr also ja mann wir können nicht doch man sagen ich glaube wir haben telepott 3 board noise complaint kann man da noch nachfolger vermachen aber wir haben keine lizenz mehr waren eine einmalige okay aber wir behalten den namen zack die engine ist noch nicht nennen den hh wir warten bis die engine da ist dann machen wir ein b plus draus ihr könnt hier unterstützen und des weiteren komplain sagt ist fertig wunderbar ihr könnt hier weitermachen dann machen wir engine updaten und zwar die denk mit scrolling das ist dann die die 0.7 bleibt bei 22 prozent obwohl wir können wir eigentlich schon um einen erhöhen dadurch dass wir billiger sind ja so einfach ist ja und ihr macht die geschickt engine auf 23 prozent scrolling mit rein und zack 0.7 auch erledigt erledigt und unsere engine wird lizenziert und es gibt das nächste automatisierung werden ja inwieweit wollen wir das jetzt mit übernehmen weil wir machen schon gute mit unserem spiel nochmal nebenbei erwähnt verkauft sich immer noch super ich glaube wir sollten dafür auch langsam mal ein update raus bringen das nächste super mal super malo world kann man auch noch mal machen machen ja zack zack update super malo world kriegen wir noch mal hoch und hier haben wir noch mal hoch und hier haben wir noch 22.000 auf 5000 verkaufen war im schnitt kommt neues update neue genre kommt auch raus das doch mal schön ich glaube die kaila warten wir auch noch ab wir haben hier ein druckauftrag den übernehmen wir mal eben wir haben noch genug das reicht noch für drei wochen die dinge hier macht mal aber wo macht man da rein gibt ja den ein oder anderen der auch hat kann ja komm mal programmieren du kannst auch programmieren du kannst auch programmieren du kannst auch programmieren und beides irgendwie ist hier noch platz ich habe keine ahnung auch ihren grafik ansonsten gegen die sein und hier musik sound bei dir weiß ich noch nicht weil man da ist nur ein plätzchen da ist noch ein plätzchen und du gehst hier rein wunderbar hier war das wunderbar jorge jorge machen wir eigentlich sofort immer engine update engine update die denk ist das die denk ich denke ich denke ich habe noch mal hier du bist denkst mir genau den kräumen klempner das passt ja engine habe gesagt die denk engine updaten simple krein sitzen dann sind wir auch 0.8 lassen wir das so zack ähm du kriegst dann die und das ganze jetzt noch in schnell 3 millionen dran verdient ich glaube und denke und habe versucht zu denken wir machen noch mal ein update ich glaube und denke teleport brauchen wir mal so 25.000 besser ist das was haben wir ja in drei ständen nein ich möchte nicht ihr macht ihr fangt an mit dem nachfolger und zwar mit den nach zwei als b plus ist noch nicht fertig beide engines schon fertig okay habe nichts gesagt b plus haben wir gesagt und war die denk die denk 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 der pc ich bin noch überlegen weil der ist auf 0,4 prozent weiter was haben wir denn sonst hier nach hausik er ist aber auch 6,8 hoch ja komm wir kaufen dich geht nicht anders so das sieht alles ganz gut aus hier du kannst noch mit hier rüber was war hier einmal so kopiert ein bisschen dahin was war hier gab es dafür was nie gab es nicht gibt es denn eigentlich schon neun alles klar dann bleibst du drinnen auch hier lassen wir noch alles so und wir hoffen dass wir jetzt endlich mal die 50 die 50 50 50 50 50 aber jetzt ist es wie gesagt dann habt ihr auch was zu tun aber ich habe was zu tun hier nicht dann macht ihr noch mal ein update und zwar für telepon 3 ihr dürft hier job wunderbar zack zack ihr dürft hier den machen das läuft das läuft 6 millionen mit super malo 2 auch das update steht dann dürft ihr hier unterstützen wir schaffen es immer noch nicht die 50 bucks rein zu donnern wir sind einfach zu gut fertig okay mit 13 bachs selbst produzieren natürlich in einer woche wir machen erst mal auf pause eine woche ja natürlich wieder alles und auch 29 ist in ordnung ja genug soundpunkte wir haben sound freigeschalten 40 50 60 70 noch nicht mal 80 8 79 und 80 grafik sound thema im trennen genre im trennen packungsinhalt wir sind gut wir sind wirklich hier zehn wochen in zehn wochen gibt es das nächste wir sollten davon mal eben schnell 100.000 produzieren kosten zwar wieder eine million aber das macht gar nichts wir machen auch gleich schon ein patch mit 13 ist in ordnung wir machen schon update wir machen hier ein update ihr seid fertig dass das dass das dass das sonstiges ja genau wir können ja jetzt sound erforschen wir sollten doch gleich mit anfangen und zwar gleich mit dem höchsten aber womit dem höchsten wir kommen gibt schon neues personal 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 wunderbar hier gibt es auch gleich musik sound das gut und du bist programmierung 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 da und du bist du das hier ruhig mit rein ja gut dann sollten wir eventuell auch den sound mit rein nehmen alles drin alles drin alles drin wunderbar ja wie es weiter geht seht ihr in einer weiteren folge hier von mad games tycoon ich bin der lazy lp und ich bin raus bis dann bye bye